Leute, das muss ich euch mal zeigen. Gold! Wundersaugereich. Plattform ca. auf 1,7 km. Trägheitsdämpfer aus. Rauschen wir mal da wieder hin. Jetzt will ich kurz gucken. Ich muss also... ...den mit dem ganzen Kupfer da... Also wenn ich von hier komme... Dann kann ich mir merken. Später werde ich mir Biken bauen. Die dann da hinfliegen. So, erstmal kommt der Gold wieder rein. So. Dann... Anzeigen werden noch produziert. Okay. Jetzt mal wieder aufladen. Jut, dann geht's auf jeden Fall weiter. Gut. Erstmal speichern. Danach geht's weiter. Jut, dann haben wir das erledigt. Jut, die haben wir ja schon alle hundertprozentig. Reaktorkomponente. Kisai immer besetzen. Okay. Du bist bald fertig. Computer 15. 16 Computer nochmal herstellen. Okay. T. Nei. Foto. Was soll ich da sagen? 16 Computer. Was brauchen die? Computer sind hier. Gold. Aber... 16 Computer. Was brauchen die? Das andere. So. Ah, jetzt sind die Computer gefragt. Okay. Die habe ich auch noch. Interne Panzerung 5. Ne, ich denke mal nach denen wird's funktionieren. Du brauchst immer noch die Reaktionsdinge. Äh Reaktor. Computer. Okay. Oh. Die sind immer schneller. Na gut sind doch klein. Also von daher denke ich mal, also liegt es daran. Gut. Das Ding ist schon mal funktionsbereit. Die Stahlplatten werden wir gleich fertig. Die Stahlplatten hat man ja schon gesagt. Jo. Gut. Dann haben wir das Ding auch erstmal fertig. Können wir uns da mal reinsetzen. Die sind ja schon mal fertig. Mal sehen. Masse. Haben wir eine tausend oder ist das? Ne. Eine tausend. Wäre ein bisschen wenig. Kilogramm. Das könnte ich aber durch die Gegend schmeißen wie nichts. Ähm. Triebwerke haben wir null. Wenn wir natürlich ohne einbauen. Gyroskop haben wir null. Keine Energie. Ja. Ich weiß. Aber wir können uns zumindest einsetzen. Das heißt, das funktioniert. Bohrer. Judy. Kies. Wir brauchen Kies. Reaktorkomponente. Reaktorkomponente. Gibt es im Weltall Sand? Äh. Reaktorkomponente. Tschüss. Und Silber. Silber. Ach Gott. Nee. Silber. Silber. Ach Gott. Ich bleibe aber dabei. Ich baue hier nichts auseinander. Sonst könnte ich hier den Reaktorkomponente machen. Aber ich werde schon mal folgendes machen. Fünfer. I. Produktion. Hier für kleine Schiffe. Ähm. Frachtcontainer auf jeden Fall. Das stellt er gleich her. Das ist schön. So sollte er eigentlich alles herstellen können. Und nach diesem Frachtcontainer brauche ich noch Platinbarren. Okay. Dafür brauchen wir das also. Gold müsste ich dafür aber noch mehr holen. Für ein kleines Triebwerkchen. Okay. Da hole ich mir dann halt noch eins. Da hole ich mir noch eins. Aber erstmal das Ding. Und ansonsten. Erzesensor brauche ich erstmal nicht. Der hat ja eigentlich einen eingebaut. Scheinwerfer werden wir natürlich bauen. Ansonsten brauche ich nur. Hm. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Die Düse kommt dann da oben hin. Schnell rein. Sorry nein. No. These two, schön. Kies. Bei Kies was rauskommt Das dürfte du eigentlich nur machen Von der Schwindigkeit her Ich dürfte auch nichts machen, weil ein Jetpack aus ist Genau Kies Mache ich Kies eventuell aus Steinen? Eigentlich ja, denke ich mal Gold ist ja auch, Eisen auch Halt, 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 die ganzen Steine Wo war der Gold? Das war nicht, da muss ich mir erst Das dürfte Gold sein Dann werden wir wieder mal ein bisschen beschleunigen Oder auch nicht Mit dem ganzen Speicher hier Raus damit Zieht alles nur Strom So und jetzt sollte, wenn er noch Strom zieht, sollte es genau, macht er Nur noch ganz wenig sein für die Lebenserhaltung Habe ich ja mal voll verfehlt mein Ziel hier So kurz korrigiert Na nochmal Und jetzt bremsen Oh, da gab es ein bisschen Schaden Egal Au Stein Kommt danach Mal ran, mal gucken, ob da Kies rauskommt Sag mal, mach der nicht hier mein, 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 Dings Ach ne, das soll ich mir rausnehmen und dann so bauen Na gut, geht doch So geht's dann natürlich auch Dann sag ich, was ich brauche Und der stellt's her Äh Ein kleines Fahrwerk bräuchte ich dann noch Aber ich nutze erstmal mein Zoo, was ich jetzt hab Äh, ich, ich mach das multifunktionsfähig So Stahlplatte Kommst da erstmal rein, das brauche ich gerade nicht Und zwar Produktion, Kontrollfeld, Inventar Ähm Frachtcontainer Mittel ist nur, was ist denn Mittelfeldgröße Wie groß ist denn klein Ah, das ist doch ein Witz So, das muss ich kurz mal ein bisschen mit List machen Fünf Ja, natürlich hat's andere Ressourcen hergestellt, das ist egal Produktion Hier, Kleine Bestell mal das her So, und was machst du hier oben Oh, aber jetzt ist grad Gold, gut, dann muss ich noch ein bisschen heißen Das soll da essen sein Ach, den hab ich nicht bei Schuhen Was fehlt denn da noch Keine Ahnung Das scheint alles gewesen zu sein Geh doch mal rein hier Geh doch mal rein hier Geh doch mal rein hier Ist doch Eisen hier, das ist Eisen Inventar voll So, wieder mal ein bisschen bremsen zwischendurch Ach jetzt macht der gerade Stein Gieße So, also Was braucht da noch mal Kies? Ach, genau Produktion Das Ding Jetzt muss ich da oben wieder ran Und das tauschen Produktion So, das ist erstmal wichtig Ich hab noch kein Silber Krieg ich wohl Silber Von dem da oben, oder? Keine Schwerkraft Kann ich ausschalten Jo, die Leute Dann geh ich mal wieder Ressourcen sammeln Und eventuell im nächsten Part Ist unsere kleine Mining Einheit schon fertig Und wir sehen uns dann Bis dann Ciao, ciao Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.